Moin liebe Topfamilie und damit ein herzliches Willkommen zurück hier auf meinem Kanal und ja, zu einem neuen Video zu My Little Pony. Letzte Folge oder letztes Video war ja das erste Special. Eines von vielen Specials. Wir machen weiter. Wir sind nicht mehr auf der anderen Seite, sondern wir sind hier wieder auf YouTube, wie ihr seht. Denn wir haben hier das Special Nummer 2, das Filmspecial am Set von Daring Do. Wir hatten schon im letzten Video so eine kleine Anspielung auf Daring Do. Was ich auch eigentlich sehr sehr cool fand. Falls ihr das letzte Video, das erste Special nicht gesehen habt, checkt es unbedingt aus. Wir schauen hier alle Specials, sprich nach diesem Video kommt noch Spiegelmagie, Vergessene Freundschaft und Achterbahn der Freundschaft. Von daher, ja, wir haben noch einige Specials in dem Sinne von, wohlbemerkt, Equestria Girls. Das heißt, wir sehen hier natürlich trotzdem Twilight Rarity und so, aber eben nicht in der My Little Pony, also in der Pony-Version, sondern die Girls in dem Sinne. Ja, was habt ihr zu tun? Richtig. Lasst uns auch noch oben da, vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, damit wir uns auf die nächsten größeren Zahlen zubewegen können. Und ja, und da würde ich sagen, starten wir rein mit dem Special hier. Ein Vulkan! In Kürze ist es soweit und ich besitze alle drei Reliquien. Niemand wird mich mehr aufhalten können und Marapore wird frei. Marapore? Nein, ich bin Star Wars Stallion! Oh, wow, wow! Ah, aus! Entschuldigung, aber ab diesem Punkt in der Geschichte ist Star Wars Stallion einbekannt als Mojo. Was? Meint ihr, er möchte, dass ihn Daring Do-Fans wegen dieses Fehlers bloßstellen? Also nochmal, und diesmal sagst du Mojo statt Star Wars Stallion, ja? Und Action! Rainbow in ihrem Element, da kommt, da kommt wieder so dieser Fan-Moment bei ihr raus. Ich finde es krass, dass es aber so diese Specials hier gibt, die ja sogar aufeinander aufbauen. Das finde ich irgendwie geil. Gefällt mir. Ah ja, Prost! Prost. Movie Magic. Ich glaube es nicht, wir sind echt hier! Vielen Dank, dass wir hierher kommen durften, Mr. Zoom. Wir kommen Ihnen nicht nochmal in die Quere, wie vorhin. Ich war früher oft im Camp Everfree und gebe den Mädchen, die dem Camp geholfen haben, sehr gerne die Chance, unseren kleinen Film zu begleiten. Klein? Wir reden hier über Daring Do, soweit ich weiß. Der Film schlägt ein wie eine Bombe. Äh, ein kleines Kostümproblem. Das Kleid aus der Nachtclub-Szene ist verschwunden. Ob wir den Film je abdrehen, würdet ihr mich kurz entschuldigen? Laut des Besucherplans dauert es noch etwas bis zur nächsten Szene. Das heißt, wir haben genug Zeit und ein Foto mit mir und Chestnut Magnifico. Sie spielt doch Daring Do. Vielleicht unterschreibt sie ja auch für mehr Vogelfutterhäuschen an der Cantalot High. Chestnut Magnifico unterstützt eine Stiftung, die Heime für bedürftige Tiere baut. Oh, okay. Tja, ich dachte, wir könnten uns alle Sets ansehen. Ich würde mir gern mal den Vulkan aus der Nähe angucken. Eigentlich dachte ich, wir suchen das Buffet und den Cupcake-Brunnen. Kleid für etwas ganz anderes. Ich habe keine Ahnung, was ein Cupcake-Brunnen ist, aber bestimmt haben sie ja auch keinen. Na klar gibt es hier einen. Das stand in meinem Hundertdinger, die du nicht weißt, Insider Filmstudio-Reiseführer. Unter Nummer 1 steht bestimmt, dass der Gründer des Studios ein exzentrischer Kaut ist, der auf Süßes steht. Ja! Nun, dann teilen wir uns doch auf. Wollen wir uns vielleicht zusammen die Requisiten ansehen, die L.K. Yelling extra für den Film entworfen hat? Ah, die beiden sprechen da eine Sprache. Wir wollen sie nicht stören, wenn sie da drin ist. Liebes, bitte. Schauspielerinnen lieben doch ihre Fans. Oh, Miss Magnifico, ich... Ist mir doch egal, was in meinem Vertrag steht. Das ist ein Witz und ich will, dass es endlich aufhört. Hast du verstanden? Okay. Hat sie auch nicht. Wie lange man wohl an so etwas baut. Bestimmt einige Wochen. Die geben wirklich ihr Bestes... Ja, auch Monate. Aber sicher ist der Regenwald nicht bekannt für seine Bon-Mod-Erdnuss-Butter-Pralinen-Crunch-Regel. Steck das lieber ein, sonst ruiniert das noch die Aufnahme. Hm. Oder? Oder einfach liegen lassen und dann, wie bei Game of Thrones, wird das da dann im Film gezeigt, wie dann da so Müll liegt. Und bei Game of Thrones doch der Starbucks-Kaffeebecher. Na, wer erinnert sich? Ist ja in der letzten Staffel einmal kurz zu sehen. Mega geil. Also, sehr viele beschweren sich ja irgendwie darüber. Aber ich bin ehrlich, irgendwie ist das doch schon ein bisschen lustig. Also, ganz im Ernst, ich finde das lustig. Ich kenne diese Stimme. Warte mal, findet ihr die Namen irgendwie eher als ich. Ich weiß noch, in Folgen, da frage ich so von wegen hier. Ich kenne die Stimme, aber finde die dann ja irgendwie nicht in so einer Synchron-Datei. Was ist ihre Stimme? Ich muss nochmal gucken, wie sie heißt. Ich mache das währenddessen. Nicht, dass ihr euch wundert, ich mache es währenddessen. Und was machst du am Set? Meistens bringe ich meinem Onkel Kaffee und bereite den Set mit vor. Ich war bis jetzt bei jedem Film dabei, den er gedreht hat. Ich kenne mich hier so gut aus, wie in meiner Westentasche. Und ich hätte so gerne Daring Do gespielt, aber darauf ist er nicht eingegangen. Hey, habt ihr schon Cavalérons geheime Höhle gesehen? Normalerweise verschließen sie den Set, aber ich habe Schlüssel zu fast jedem Ort hier. Kommt, ich zeig sie euch. Drei Buffets, sechs Fondue-Sorten, zwei Zimmer mit Süßigkeiten und immer noch kein Cupcake-Brand. Na gut, die Erdnussbutter-Pralin-Crunch-Regel haben wir. Die standen zwar nicht hier drin, aber sie waren super köstlich. Ah, das stimmt. Gibt es noch welche? Nur noch einen Monat, Jessnut. Länger brauchen wir nicht. Ich tue alles, um den Zeitplan zu halten, aber bei so vielen Rückschlägen schaffen wir es einfach nicht. Kannst du denn nicht nur noch einen einzigen Monat bleiben? Das ist inakzeptabel! Aber wo sind meine importierten Erdnussbutter-Pralin-Crunch-Regel? Ich glaube, wir sollten jetzt lieber weiter nach dem Cupcake-Brand suchen. Ihr hättet die Reliquien sehen sollen. Die waren der Oberwahnsinn! So, jetzt nur ganz kurz. Ich kann euch sagen, ich bin hier fast soweit. Ähm, mhm, 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 mhm. So, jetzt habe ich hier die Seite. Das ist Maria Hönig. So, wen spricht sie, wen ich aus irgendeiner Serie kenne? Oh, sie spielt Jennifer. Sie spricht Jennifer bei The Witcher in der Serie. Kenne ich. Sie spricht Debbie Ryan in The Table. Kenne ich. Ähm. Wippen kenne ich nicht. Das habe ich nicht gesehen, habe ich nicht gesehen. Habe ich nicht gesehen, nicht gesehen. Villa Fitzgerald oder eben der Rollenname Grace Fairchild in Gossam. Ich habe die Serie Gossam gesehen. Ich muss mal ganz kurz gucken, wer war denn noch mal dieser Rollenname bei Gossam? Sieh, boah, die kommt mir jetzt nicht zu 100% bekannt vor. Äh, Tön, Resoniant Isles, Violette, ja, aber dann scheint das wohl hier Yennefer zu sein auf jeden Fall. Und vielleicht noch irgendwo anders, was jetzt nun dann nicht aufgelistet wird. Aber guck mal, schon fühle ich mich wieder gut. Ah, Ruhe am Set, bitte. Sorry, vielleicht werfe ich doch noch mal einen kleinen Blick drauf. Und Action! Aus, aus, aus! Was ist denn hier passiert? Gestern war mit dem Vulkan doch alles in Ordnung. Das wirft uns in Wochen zurück. Äh, sie sind fort, sie sind fort! Was denn? Die Reliquien! Ja! Ich finde das geil mit der Klappe so, dack! Ich wollte sie mir nur noch mal ansehen und wegfahren sie! Das durfte einfach nicht passieren! Was sollen wir denn tun? Kann die Requisite denn nicht vielleicht einfach neue machen? Nein, Ecke Yealing hat die Requisition persönlich abgenommen. Wir könnten zwar neue anfertigen, können sie aber erst benutzen, wenn Miss Yealing sie genehmigt hat. Man sollte meinen, es wäre leicht jemanden zu finden, der den ganzen Tag schreibt. Aber Miss Yealing ist unsagbar schwer zu finden, wenn man sie braucht. Aber es kommt wieder alles in Ordnung, oder? Chessnuts-Vertrag bei uns ist fast ausgelaufen und dann kracht dieser Vulkan zusammen und jetzt das! Ich fürchte, wir müssen die gesamte Produktion stoppen. Aber, aber, dieser Film muss beendet werden! Denken Sie an die Daring-Do-Fans, wie enthäuscht sie sind, wenn sie ihn nicht sehen können! Sind Sie sicher, dass Sie nichts tun können und wo? Tut mir so leid, entschuldigt mich bitte! Wir waren gerade da, da gab es ein Problem mit dem Kostüm. Ja. Und plötzlich bricht ein Set in sich zusammen. Jetzt wurden auch noch die wichtigsten Requisiten gestohlen. Ich glaube nicht, dass das alles nur Zufälle sind. Nee, glaube ich auch nicht. Ich auch nicht. All die Dinge, die schiefgegangen sind, halten die Produktion auf. Da scheint sich jemand ziemlich viel Mühe zu geben, dass der Film nicht fertig gedreht werden kann. Aber wer würde denn... Oh nein! Ihr denkt doch nicht! Nein, 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 nein! Ganz sicher nicht! Als Rarity und ich Chesnut vorhin in ihrem Trailer besuchen wollten... Ah, ah! ...hiel gehört, wie sie laut verlangt hat, dass dieser Film eingestellt wird. Naja, sie sagte, es solle aufhören. Aber meinte sie damit wirklich diesen Film? Vielleicht ist die wütend, dass die Erdnussbutterpralinen-Crunchriegel ausgehen. Bonn-Modd, Erdnussbutterpralinenriegel? Ja, genau die! Wir, äh, haben vielleicht auch ein paar davon gegessen. Wir haben das Papier auf dem Vulkan-Set gefunden, bevor es zusammenfiel. Wie es aussieht, scheint genau Chesnut Magnifico die Person zu sein, die hier alle Probleme verursacht. Nee, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt oder was das soll. Aber wir müssen dringend die Reliquien wiederfinden. Rainbow und Twilight müssen doch eigentlich nur eins und eins zusammenzählen. Wen haben die kennengelernt? Wie ist die nochmal, ähm... Warte, weil ich ja nach ihr geguckt habe. Uniper Montage. Uniper Montage. So, weil ich jetzt ja nur alle Rollen gerade aufgelistet habe von Synchron. Da steht ja, hab ich ja eben schon gesagt, Maria Hönig. So, jedenfalls. Und die hat doch gesagt, dass sie sehr gerne die Derrick-Doo gespielt hätte, ihr Onkel ihr aber auch nicht zuhört. Das heißt, sie hat einen Grund, die Produktion da ein bisschen zu stoppen und zu manipulieren, dass ihr Onkel endlich sie einstellt. Vermute ich jetzt erstmal nur. Ob ich nicht. Hey, wo hast du die Reliquien versteckt? Du meinst so eine Person wie die? Äh, hey, sofort stehen bleiben! Immer in die falsche Richtung. Wie konnte ich sie denn nur entwischen lassen? Ich hab zwar Geschwindigkeitskräfte, aber es bringt nichts, superschnell zu sein, wenn sich die Person, die man jagt, in der Gegend viel besser auskennt. Hey, Leute! Hattet ihr Glück mit Chestnut? Wir haben sie nicht gefunden. Aber wir haben endlich den Kräftlingsbrot gefunden! Dann haben wir uns verlaufen und sind hier gelandet. Was habt ihr denn erreicht? Wir haben eine Person mit Umhang entdeckt, aber sie ist uns entwischt. Sie muss hier irgendwo sein. Da seid ihr ja. Wo sind eure Kostüme? Wir müssen uns beeilen. Ich werde sonst gefeuert, wenn ihr nicht fertig seid. Der Regisseur will in drei Minuten drehen. Äh, das muss irgendwie ein Missverständnis sein. Hey, Moment! Wer sind diese Mädchen? Sie sind die Powerponys. Ach. Was? Die Powerponys? So was von gefeuert. Das wird auch wieder passend. Jemand, der sich da gut auskennt. Ah, mein Schuss jobbt. Ah. Ah. Was soll das denn hier sein? Und wo ist die Person hin? Sie muss sich hier irgendwo aufhalten. Wo auch immer hier ist. Macht ihr Witze? Das ist das Fett von Stürmisch mit einer Prise Pudding. Stürmisch mit einer Prise was bitte? Das ist ja auch nur einer meiner Lieblingsfilme. Ich wollte ihn schon ungefähr zig Millionen Mal mit euch ansehen. Ich habe gehört, sie benutzen echten Pudding. Es ist so. Uns läuft die Zeit davon. Wir wollten die Reliquien finden und Schurken fangen. Und nicht Pudding essen. Wir versuchen es doch. Kommt, wir gehen zurück zum Daring-Do-Set. Vielleicht haben wir ein paar Hinweise übersehen. Keine Sorge. Ich mache das. Ich habe dich doch reingehen sehen. Sag, wo bist du? Da hat es jetzt immer noch eine Spur von Pudding mit sich. Hey, das ist doch das Daring-Do-Outfit für die Nachtclub-Szene. Was hat das denn hier drin zu suchen? Ich sage, das ist diese Juniper-Montage. Die Schauspielerin kennt sich doch da nicht so aus. Ist da draußen jemand? Kein Problem. Ich kann meine Freunde anrufen und... Kann ich nicht, weil das Wachpersonal uns unsere Handys weggenommen hat. Und außerdem sind die auch gefangen. Hilfe! Ich bin hier eingesperrt! Wir müssen dringend Rainbow Dash finden. Tja, die Frage ist nur, wie? Sie ist so schnell, dass sie sich überall auf dem Gelände befinden kann. Keine Ahnung, wieso sie heute am Filmset ihren Anhänger tragen muss, durch den sie Turbo-Geschwindigkeit bekommt. Ich wünschte, ich hätte meinen dabei. Eine Berührung und ich könnte Testnetz-Erinnerungen betrachten und der ganzen Sache auf den Grund gehen. Ich weiß, wie wir Rainbow Dash finden. Folgt alle dem Pudding! Ja, sie hat doch den Pudding mitgeschliffen. Seht ihr? Folgt mir! Du bist ja genial, Pinkie Pie! Weiß ich doch! Kommt schon, hier lang! Ah, Wegzählung! Hier hört der Pudding auf. Also muss Rainbow Dash hier irgendwo sein. Hallo? Ist jemand hier? Rainbow Dash! Wo bist du? Hilfe! Ist da jemand? Ich bin hier eingesperrt! Hallo? Rainbow Dash? Bist du da drin? Ja, Hilfe! Ich bin hier eingeschlossen! Schon okay, Dashie? Wir sind da! Dashie? Ich hole jemanden mit einem Schlüssel. Warte! Ach nee, hat jemand auch so auf sein Amulett mit? Hast du das Schloss sich selbst öffnen lassen? Toll! Ich glaube, wir sollten alle immer unsere Anhänger tragen. Man kann nie wissen, wann die neue Magie nützlich ist. Wie habt ihr mich entdeckt? Ich hab schon aufgegeben, gegen die Tür zu hauen. Pudding! Liegt niemals! Hey, ist das das Kostüm, das verschwunden war, als wir hier ankamen? Ja, aber wer hat mich hier eingesperrt und es gibt immer noch keine Spur von den Reliquien? Hm, kehren wir am besten zurück zum Tatort. Vielleicht finden wir da was, was uns zu ihm führt. Oder? Wir könnten uns von dem Dieb zu ihm führen lassen. Wie das denn? Ich hab doch nicht gesehen, wer mich hier eingesperrt hat. Ich hab da so eine Ahnung, wer unser Dieb ist. Aber wir können ihn nur mit Cantor Zooms Hilfe fangen. Das war im Vorratsschrank? Die Reliquien fehlen noch. Aber wir glauben nicht, dass der Dieb sie schon vom Gelände schaffen konnte. Wir brauchen ihre Erlaubnis, den Z bis ins Ländere hier durchsuchen zu dürfen. Und eine Spur bis zum Versteck. Natürlich. Chestnut, geh doch bitte in die Maske. Sobald wir die Reliquien haben, drehen wir wieder. Werden wir sehen. Juniper, kannst du ein paar Smoothies holen? Die Detektivarbeit macht alle durstig. Aber klar doch, natürlich. Wie ist das? Sag ich doch. Ich habe doch gesagt, dass es nicht Chestnut war. Sag ich doch. Ich habe die Reliquien gefunden. Ja, aber du hast sie auch gestohlen. Das würde sie nie tun. Doch würde sie. Und hat sie auch. Sie hatte nur nicht erwartet, dass Rainbow Dash zum Set kommen würde, bevor sie die Gelegenheit hatte, sie in ein sicheres Versteck zu bringen. Also musste sie sie am erstbesten Ort verstecken. Am Set. Sie sind weg. Was ist passiert? Aber sie konnte sie natürlich nicht dort lassen. Bei der erstbesten Gelegenheit versuchte sie, sie fortzuschaffen. Aber zu ihrem Pech haben wir sie entdeckt. Aber Juniper kennt den Set ja so gut wie ihre Westentasche. Sie konnte uns einfangen und Rainbow Dash abhängen. Für ein Weilchen. Aber als Rainbow Dash mitbekam, wohin sie gerannt war, sperrte sie sie in den Schrank mit den Schlüsseln, die ihr Zugang zu fast allen Türen hier verschaffen. Und dadurch hatte sie Zeit, die Reliquien hier zu verstecken. Wann hast du entdeckt, dass sie es war? Das Puzzle setzte sich zusammen, als ich dich vorhin aus dem Vorratsschrank befeilt habe. Aber ich wusste, Juniper würde nie zugeben, dass sie die Reliquien genommen hat. Außer natürlich. Sie würde dabei überrascht, wie sie sie erneut verstecken will. Deshalb warte ich sie, Junipers Smoothies besorgen zu lassen. Also dachte sie, sie hätte die Chance, die Reliquien vom Gelände zu schaffen, sodass sie sie niemals finden. Aber anstatt weiter auf dem Set zu suchen, hat sie mir alle heimlich hierher gefolgt. Warum tust du so etwas? Es tut mir leid, okay? Es tut mir leid, aber ich kann Chessnaut nicht leiden. Ja. Sie ist alle Erdnussbutterpralincrunchriegel, obwohl ich sie so mag. Aber das ist doch kein Grund, heimlich. Und dann gibst du ihr einfach so die Rolle der Daring-Do. Ich meine, ich habe dir immer und immer wieder gesagt, dass ich unbedingt Daring-Do spielen will. Und du hast mich ignoriert. Aber Juniper, du bist zu jung. Du hast keinerlei Erfahrung. Ich weiß. Aber ich dachte, wenn alles schief geht, würde Chessnaut sich aus dem Filmprojekt zurückziehen und... du würdest mir eine Chance geben. Du hast unsere Produktion aufs Spiel gesetzt. die Sicherheit des ganzen Teams riskiert und mich darüber hinaus belogen und mein Vertrauen ausgenutzt. Ich weiß. Und es tut mir so leid. Ich wollte niemandem wehtun. Und ich wollte die Requisiten zurückgeben, sobald Chessnaut weg ist. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Du bist meine Nichte, Juniper. Natürlich verzeih ich dir. Aber auf dem Set hast du nichts mehr zu suchen und es wird sehr lange dauern, bis ich dir erlaube, wieder zurückzukehren. Schlüssel! Oh, die Arme. Oh. Ich habe eine Ahnung, worum es im dritten Special geht. Juniper, da bist du ja. Tut mir leid, dass ich nicht in der Maske war, aber ich habe gerade einen Anruf von meinen Agenten erhalten. Ich muss nächsten Monat nicht mehr diese lächerliche Dokumentation über Nester machen. Ich schwöre dir, als sie mich ansprachen, dachte ich, es sei eine Dokumentation über meine Organisation für obdachlose Tiere. Nicht über die verschiedenen Nester auf der ganzen Welt. Vollkommen irreführend. Aber wie auch immer, das liegt jetzt hinter uns. Soll das bedeuten? Wir haben kein Zeitproblem mehr. Ich kann den Vertrag verlängern und drehe weiter Daring Do. Hey, sind das etwa die Reliquien? Ja. Und ich glaube, wir müssen keine Angst haben, dass sie noch mal verschwinden. Das verdanken wir alles den Besuchern der Cantalord High. Erst rettet ihr das Camp und jetzt den Daring Do-Film. Bei euch scheint es gut zu laufen. Äh, äh, apropos gut laufen. Sie haben nicht zufällig noch ein paar Komparsenrollen für uns übrig? Also, als kleines Danke für die Rettungsaktion. Ich denke, da fällt uns sicher was ein. Na, wo sind die? Ah. Los, gib mir jetzt das Schwert von Alturiosa. Na, geil. Aber Weibo habe ich noch nicht gesehen, oder? Na gut, wie du meinst. Ich habe auf jeden Fall verstanden, ich halte dich von dir ab. Na, da waren wir hinten. Das ist der Oberwahnsinn. Aus. Schon wieder? Sorry. Ach, Rainbow. Mensch, da war doch schon eine gute Szene. Und dann muss sie dazwischen reden, weil sie das so toll findet. Tolles Special. Auch hier wieder tolle Special. Sehr, sehr coole Special. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, ja, wie hat euch das Special gefallen? Ich finde es cool. Also, wir sind noch nicht bei Staffel 7 ja angelangt. Aber irgendwie gefallen mir auch hier diese Specials. Den Film. Dann das erste Special. Jetzt dieses Special. Das nächste Special. Da dreht es sich um einen Spiegel anscheinend. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Deswegen, meine Lieben. Schauen wir das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst, was du tun hast. Lasst es auch noch um. Da fangst nicht zu abonnieren. Die Glocke zu aktivieren. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und mir mit mir auch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tor. Ciao. Liebe Top-Familie. Bis zum nächsten Mal. Und rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.